Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den Die Besten Barbie Schale Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, seht ihr am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5, haben wir der Maxi Cosi Pebble Plus Isitze. Der Pebble Plus von Maxi Cosi ist ein Reboade ohne Isofix. Er kann jedoch mit einer Maxi Cosi Family Fix 2 Kindersitzbasis nachgerüstet werden. Es erleichtert die Isofix Installation dieses Maxi Cosi Kindersitzes. Die Barbie Schale ist nach der neuen ECR 129 Isitze Regelung zugelassen und entspricht damit den aktuellen Sicherheitsstandards. Es ist als Gruppe 0 plus eingestuft und bietet ihrem Kind einen festen Halt beim Autofahren. So kann ihr Kind von Geburt an bis zu einem maximalen Körpergewicht von 13 kg bequem und sicher darin sitzen. Alternativ mit einer Höhe von 45 bis 75 cm. Das 3-Punkt-Gut-System ist so konzipiert, dass es in Sekundenschnelle geschlossen werden kann. Umzug auf Nummer 4, haben wir der Haug Barbie Schale Comfort Fix inklusive. Mit der Haug Comfort Fix Barbie Schale und der dazugehörigen Isofix Basis bilden sie ein tolles Team. Dies ist ein erster Autositz der Gruppe 0 plus für Babys. Geeignet ab der Geburt bis zu einem maximalen Gewicht von 13 kg. Das neutrale Schwarz verbirgt den Seitenaufprallschutz. An Kopf und Schultern wird ein spezieller Schaum verwendet. Der Bezug ist atmungsaktiv und hält eine angenehme Temperatur. Der Sitz wiegt 4,3 kg, was für größere Kinder noch überschaubar ist. Eine Sitzverkleinerung aus Kopfschutz und Sitzgeil macht die Barbie Schale für die Kleinen noch bequemer. Das Wachstum ihres Babys sagt ihnen, wie lange der Sitzverkleinerer drin bleiben sollte, solange der Kopf nicht darüber hinausragt. Ist er bequem. Auf Platz 3, haben wir der Kübex Gold Barbie Schale Atom. Beim Näsichen der Barbie Schale Atom von Kübex Gold wurde der neue Isize Standard verwendet. Wenn ihr Baby zwischen 45 und 87 cm groß ist und weniger als 13 kg wiegt, bietet es den besten Schutz. Diese Barbie Schale wurde im November 2017 von Stiftung Warentis zum Testsieger gekürt. Mit dem Atom können sie ihr Kind sicher im Auto transportieren. Bei einem Seitenaufprall wird ihr Kind durch den Seitenaufprallschutz geschützt. Außerdem verhindert das 3-Punkt-Gut-System, dass ihr Baby aus der Barbie Schale fällt. Die Länge des Kopf- und Schulzschutzes kann individuell an ihr Kind angepasst werden. Umzug auf Nummer 2, haben wir der Maxi-Cosi Caprio Fix Barbie Schale. Ab der Geburt ihres Kindes sorgt die Barbie Schale Maxi-Cosi Caprio Fix für festen Halt im Auto. Es gehört zur Gruppe 0+. Das heißt, sie können sie benutzen, bis ihr Kind 13 Jahre alt ist. Ihr Baby kann dank einer Sitzverkleinerung sicher darin sitzen. Diese Einlage verkleinert die Barbie Schale und sorgt dafür, dass der 3-Punkt-Gut nicht zu locker sitzt und der Kopf ausreichend gestützt wird. Auf jeder Seite des Endes des Maxi-Hart-Cosi befindet sich ein Seitenaufprallschutz. Bei einem Seitenaufprall wird die Kraft des Aufpralls von ihrem Kind weggeleitet und sorgt so für ein hohes Maß an Sicherheit. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Maxi-Cosi City Barbie Schale. Der Maxi-Cosi City Baby Autositz ist recht leicht. Es wiegt nur etwa 3 kg. Dies erleichtert es Ihnen, Ihren Kleinen darin zu tragen. Für noch mehr Komfort sorgt der ergonomisch geformte Griff. Bei einem Überschlagunfall fungiert dies auch als Überrollschutz. Trotz ihres geringen Gewichts bietet die Barbie Schale Maxi-Cosi City ihrem Kind die nötige Sicherheit beim Autofahren. Dafür sorgt der 3-Punkt-Gut. Bei einem Seitenunfall schützt das Siedeprotektionssystem den Kopf Ihres Babys. Der Maxi-Cosi City ist das einzige Modell des Unternehmens, das kein Isofix enthält. Das heißt, Sie können die Barbie Schale kopfüber in Ihr Auto einbauen und anschnallen, ohne eine Isofix-Station zu verwenden. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen UG-Date-Kanal zu abonnieren.